Mit der Machete Ja, mit der Machete, stirb nicht Jetzt ist es tot, hat viel Alter 30 mal raufgekloppt So, was gibt's hier noch In der Gegend Ah, Zombie So, wo laufen wir jetzt hin? Uns entgegen Eigentlich wollte ich hier nochmal Oh Gott, der Zombie Ey, kannst du noch ein bisschen rumgucken, wir brauchen noch ewig, bis wir rum sind Ja, eben, wir müssen auch nochmal gucken, was es so gibt Was nennst du ewig? Ja, stimmt, so eine Frisch, das ist bestimmt unterwegs hier zu laufen Ey, du hässlicher Zombie, lass mich in Ruhe Ich hasse Zombies Ich auch Wenn man gute Waffen hat, ist ja so ein Zombie kein Problem, aber mit einer Machete Zombie soll mal vorbeikommen Sag ihn mal, er soll zu Tritts vorbeigehen Ah, seit wann können die Zombies Treppen hochlaufen? Ich muss hier weg, sonst sterbe ich Andy, hast du noch ne Pistole mit? Ja Lauf doch Lauf du Pisse Alter, ich muss hier weg Kommt noch ne FNX bei FNX Magazin und Munition, massenhaft Ich muss hier weg, ich muss hier weg Die Zombies, die können die Treppen hochlaufen Was hast du bei? FNX, Muni und Magazine Ich glaube, ich brauch bloß noch ein Magazin dafür Gelt'n du? Alter, sind die viele Zombies Ah, Apex Hallo Apex Und, wer sei da? Am Arsch Deiner Informationen Dein Zino Ne, nicht wieder die Treppe hoch, die können Treppen laufen Weg, weg, weg Die Zombies können Treppen laufen Oh, hier ist ein Panzer Du Ja, Apex Dir läuft keiner entgegen Kannst alleine hinkommen Viel Spaß dabei Ja, gar nicht Warte, was war's Alter, muss endlich Was macht'n die ganzen Kack-Zombies hier in dem Kack-Dorf? Kack-Zombies im Kack-Dorf Ich geh' nochmal in den scheiß Markt rein Aber in den Markt ist wirklich nichts mehr zu holen Na, Baseballschläger, super Der kann bestimmt genauso viel wie meine Machete Nichts Kann genauso viel wie diese Kack-Zombies Oh, God Ah, Kack-Zombies, Junge Kack-Dorf Wo seid'n ihr? Ich bin jetzt bei dem Panzer Ja, ich bin auch beim Panzer Steig ein Ich bin hier Ja, ein Panzer mit dem Zweitakter Ja, und? Panzer ist Panzer Rasenmäher-Motor Wo war die Bärenzina? Kleiner mal auf der Karte Äh, wo geht's? Ostküste Wo? Na Ostküste Ziemlich weit oben Jetzt hab' ich ne andere mitzahlen Hier gibt's nur Rutsch Ja, da ist das Airstripe Bist'n du jetzt hin? Viel Spaß beim Laufen Ja, drüber Ja, ist dann egal Na, viel Spaß beim Laufen Ja, was willst'n jetzt mit Laufen? Ich hab' Fahrrad, Junge Geil Frisch auszutut, geil Diamantseigner Ey, du findest hier in den Gebäuden nichts, ja? Außer mal ne Mütze Guck mal, Andi, guck dich mal mit Alt um Na, ich kann ja, sieh bloß mein Rucksack Ach du, du hast die Ego Perspektive Es sind zurzeit Es sind zurzeit 32.203 Spieler in Deutschland Beim DayZ-Spiel Ja Könnt' mehr sein, ne? Felix, du läufst in meinem Windschirm Ja, von einer Million, die's schon gekauft haben, die Alpha Oh, ich bin hier wieder an dem Grund Sind's nicht viel aus Deutschland Ah, ja Ah, ich bin hydrated Ich hab' nur Hunger Musst' doch mal gucken, viele schlafen jetzt noch Die stehen erst so gegen 8 auf, oder was? Frühstücken werden und setzen sich an PC Sozusagen, ne? Frühstück Wo bist du'n jetzt wieder hin? Und wir ziehen den Hartz IV Okay, dann weiß ich Bescheid Felix Am Panzer stehen Zombies Felix? Ja Wie viele seid'n hier jetzt in der Gruppe? Bier Äh, ich Oh Gott Lauf Also Andi, Turbi und ich Benni hat sich irgendwo abgesplittet Ey, der läuft doch noch, der ist in der Ruhe Und die anderen sind auch noch 3er Ey, wo ist denn der Benni? Der war doch noch hinter uns Ne, der fällt vor uns von gerannt Hab' ihr vier Zombies Alter Ey, der ist hinter uns Ich steh' hier grad auf der andere Ich bin die Straße hochgelaufen, den Hügel hoch Hinter dir bin ich Wir bleiben hier auf Neck War das die Server, oder was? Ja klar Alter, der ist zu, ne? Alter, wie die nur die Zombies hinterher Dann ist das geil Ey, übrigens Apex In der Elektro wurden welche von uns abgeschossen Das weer Ha Ja, deswegen geh ich da gar nicht mehr hin Also, ich wurde ne abgeschossen, ich hab den Typen abgeschossen Naja, auf PvP so, äh PvE so, brauchst du dort sowieso nicht hingehen, wenn dann bei PvP so, oder? Weil dann, gehen die nicht gleich, äh, aus dem Dämmel oder Trommel. Jetzt rennst du immer im Kreis mit den Zombies. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Sind übrigens schon 5. Apex, war das eben ne Anfrage, ob du auch rauf kannst, oder was? Also, bis hier? Ja, bitte. Echt langsam. Sorry. Ja, bitte. Ich muss dann in der nächsten, äh, hier, dann gleich mal kurz was trinken, weil ich nicht mehr hydrated bin. Ja, ich muss oben was essen und trinken. So, dann gucken wir uns mal die restlichen Gebäude an. Ich hab nix mehr. Ist das hier nicht ein Krankenhaus oder sowas? Okay, bin drauf. Ja, war ich schon drinne. Ah, ich geh nochmal reingucken. Looten hier erstmal was durch. Oben war ich noch nicht. Bisschen noch essen und trinken. Außer der Chinesen war ja schon, ne. Sieht nicht auch aus. Ach du Scheiße. Ne, ich war da nicht der Ober-Zombie. Lock. Hast du geschrieben? Ja. Ey, das hab ich auch gelesen. Ist das jetzt hier der öffentliche Channel, oder? Wie funktioniert denn das? Das war wahrscheinlich global wieder. Warum hat denn das Gebäude keine Tür? Ich kann irgendwie ne global schreiben. Zombies. Versuch ich mal die Leiter hochzukommen. Komm Andi, wir gehen mal in das Backsteinhaus und futtern uns voll und trinken. Soll ich da in das Backsteinhaus gehen, kann doch hier nicht. Als Glück ich hab nen Kompass. Weil da, weil da US nur trinken meistens drin ist. Da kann man so viel zuerst noch trinken, weil. Na ich auch, aber ich such trotzdem immer. Gib mir mal was ab. Na komm mit hoch ins Backsteinhaus. Komm mit ins Backsteinhaus. So, ich bin jetzt auf dem Dach von dem Gebäude. Da ist erstmal nichts. Weil irgendwie hat er draußen keine Tür gehabt. Hier ist Munition, Magnum. Da sind Sardinen, yay. Hab ich ja nicht genug. So, was gibt's denn hier noch schönes Gebäude? Und hier ist ein Zombie. Nichts, nichts, nichts. Und ne Rotten... Pivi. Ali, bist du noch auf der Straße? Ja. Ja, ich komm wieder vor. Komm mir vorgelaufen. Vielleicht ist hier sogar ein Brunnen. Weil meine Kiste ist kaputt, wo das ganze Essen drin war. Apex, wo läufst du denn rum? Auch da an der Kiste? Jetzt geht's los, Alter, ja. Äh. Ruint, ruint. Hier gibt's ja nichts zu holen, ey. Ja, weil mir die Kiste kaputt gegangen ist. Äh, wo the fuck. Ne, hier liegt was. Ich hab die ganze Zeit so ne komische Kiste. Hier drückt nichts an. Injection Reel. Worn. Jet kaputt, Alter. Hab das jetzt mal geöffnet. Null abgelaufen. Was? Ne, geht ne. Und hast du was zu essen? Oh nein. Oh, da ist so ne Kiste wieder, Alter. Brauchst du so eine? Ja, so ne gelbe. Ich hab noch eine. Okay, ich bin jetzt... Ich hab den Ausgang von dem Gebäude gefunden. Ne, die ist voll. Aber ich kann das umräumen. Wenn du mir was zu essen gibst, dann... Was? Willst du ne haben, hier. Also seid ihr gelaufen machen? Ja, ich muss halt was essen und was trinken. Ja, hast du. Warte, ich mach nochmal ein Kram da weg. Oder? Wo ist du denn? Hab ich schon gesagt. Irgendwie sehen die Spaghetti dort auf dem Bild aus, wie als wär da Lava in der Dose. Äh. Ach, da bist du. So, hier hast du nochmal eine. Danke. Siehst du die Kiste irgendwo? Naja, die sehe ich drin. So, und jetzt? Wo latschen wir hin? Na, wir sind entgegen. Da hast du da Munition drin, oder? Warte, ich tu das Zeugs mal raus. Ja, in welche Richtung. Warte, mach hier mal ein Magazin raus. Ja, mach. Nee, ich hab schon jetzt drin. In welche Richtung, ja. Kannst aber noch die 6 Schuss haben. Ja, und so, dass es mal links von euch ist. Wir müssen erstmal... Auf dem Airfield. Hat noch jemand was zu süffeln? Warte, komm her. Wir müssen mal da lang latschen. Die Dose noch rausgeschmissen. Ham, 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 ham. Ja, warte, Angel. Das Schöne ist, wenn man Munition hat, aber keine Waffen. Und hungrig isst man. Ist toll. Geil, ne, komm? Das ist total geil. Es ist noch ein Supermarkt, aber da waren wir schon drin. Ja. Da fand ich noch eins. Meine erste Not Rotten Kiwi. Oha, Wahnsinn. Ohne Scheiß, meine erste. Ist ja der absolute Über-Mega-Wahnsinn. Ah, da ist hier die Bruchbude. Ich steck grad einen Zobben hier in der Wand fest. Genau in der Wand. Gehen wir doch mal der Straße einfach lang. Mhm. Da steht ein Zombie an der Straße. Wartet auf Abholung. Auf'n Bus. Das greift auch noch an. Wann geht's denn los? Wann kann ich gleich losgehen. Okay, bin bereit. Wir laufen in falsche Richtung, glaub ich. Nee, wir laufen richtig. Wir müssen ja, wir müssen ja die Richtung runter von da, wo wir von Anfang an gekommen sind. Oh, Tobi. Wo sind die anderen? Äh, die anderen kommen aus Richtung Elektro. Äh, lol. Wann doch vorhin schon, achso. Wir müssten gleich da sein, wir sind jetzt hier in... Fragen mich, wie das heißt. Seht ihr denn schon, äh, die Baustelle? Wie heißt das? Guck mal, guck mal kurz, wo wir sind. Ähm. Glaub, Solnitschnie ist das. Solnitschnie, ja. Da sind Fahrrad durch. Da vorne läuft ein Zombie. Hol den weg, schmeiß ne Granate. Blendgranate. Smokegranate. Nee, wird nicht leer. Oder weg dich! WTF? Voll daneben. Wer ist mit dem Stein? Das ist meiner da hinten. Oh, der kam. Pass mal auf, gleich kriegen wir beide nen Headshot, weißt? Ach, ihr seid das da vorne, nev. Ach, ihr seid das da vorne, nev. Was ist das da? Oh, du bist der da. Gib mir den zweiten. Also wir laufen jetzt wieder in eure Richtung. Das heißt, wieder zurück, sozusagen. Geht's noch? Hm. Ja. Wir wissen zwar nicht wirklich, was wir machen, wir laufen einfach. Da vorne steht neun, ne? Den kriegst du. Ach, ich darf hoch, Mann. Wenn man sowas in der echten Zombie-Abergrille bisschen machen würde, ich glaub wir werden schon lange tot. Oh ja. Oder die Zombies. Oder die Zombies werden schrottlachen. Und da durch Tod gehen, will ich klagen. Hier steht ein Straßenschild. So, das muss nur einer entzwiffern. Wo ist der andere schon wieder hin? Das kam gerade in der Factory zwischen seinen Nitschen und Nitschen. Ich bin die Straße runtergelaufen. So, dann laufe ich jetzt auch zur Straße. Ich seh immer noch die Baustelle von hier. Ah Leute, wir sind gleich da. Ja, siehst du die Baustelle? Nein, noch nicht. Ich steh an dem blauen Straßenschild. Nein, nein, nein. Du bist am blauen Straßenschild. Da stehen drei Zombies. Komm, die holen wir uns. Ah, da bist du. Jeder ein. Da bist du ja. Ich nehm die hintere. Ich nehm den Typen, der auf mich zu mir rankommt. Ich nehm die vordere. Wir warten hier auf euch. Nein, wir kommen euch entgegen. Der hat mich eh mal geschlagen, das Drecksvieh. Ihr müsstet ja bald hier sein. Na ne, ihr lüftet uns entgegen. Wir sind dann nützen, neu sind wir. Ja, wir kommen. Halb verhungert und unbewaffnet mit einer Machete. Und du waffnet mit einer Machete. Na, ob du die nur dabei hast oder nicht. Das ist ein Brecheisen. Das bringt tatsächlich nicht viel. Karl, ich hab ne Axt für dich. Das ist schön. Ich hab Munition für euch. Das ist schön. Was für Munition? Ich hab ne Rock'n Kiwi für dich. 45er, ACP und 357er. Ach, scheiße. Und ich hab noch Injection-Wheel dabei. Injection-Wheel. Wo ist Penny überhaupt? Ah, ich verkauft. Keine Ahnung, wo der rumkauft. Chinesen, so teuer. Wo? Oh, wir sind jetzt hier, hier ist so ein... Ja, wir sind ein paar Docks am Hafen. Nicht viel, hier ist auch kein Kran. Okay, ist immer besser. Du rennst grad bei mir durch die ganzen Häuser durch. Ja, ich kann's halt. Lol. Jetzt renzt du gegen den Baum. Gegen den Baum? Ja, lol. Ich bin grad in nem Gebäude drinnen gewesen. Rote Analkette. Geht's wieder hoch und geht's wieder auf der Hauptstraße weiter. Meinst rote Analkette? Ja, rote Analkette. Kommt ihr vielleicht in die Nähe, wenn sie nicht geschlossen ist. Von den anderen. Weil das heißt meistens, dass ein Schwieler in der Nähe ist. Wer kommt da gemoved? Ähm, ist es euch schon mal aufgefallen, dass wir synchron laufen? Also synchron Bewegungen machen? Ich seh Leute! Da vorne kommen Menschen! Menschen! Drei durchgeknallte! Da vorne steht so Idiot. Ich steh nicht. Noch Idiot! Komm, mach mal Platz. Hässtliche Zombies. Komm, wir klack mal weg. Okay, warte. Seid ihr noch drauf? Alter, Axt auspacken. Geh auf den, der auch nach links läuft. Ich geh auf die hässliche vorne. Alter, gib mir gleich ein Headdy. Magst du ihn aufmachen, dass ich hier wieder reinschauen kann? Ja. Moment. Jetzt wartet mal, wer... Doch, wir sind jetzt da. Tief und streichen, Alter. Biss auf! Ich bin sexy, ne? Warte, hier kriegst du erst mal deine Axt. Du bist so schlecht, ey. Bist du drauf? Bist du drauf? Warte. Da hast du eine Axt. Da hast du eine Axt. Das hier. Ja, ich bin spawned. Ja, da hast du eine Axt. Ja, da hast du eine Axt gewesen. Ach, da hast du eine Axt gewesen. Die Axt hab ich. Oder was? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, hier geht der Klempner. Chronix, bist du das? Ja, Tobias, danke. Ah, okay. Der Klempner. You need anything to eat. Tobias, und du hast bestimmt auch keine Handschellen und ich muss hier... Okay, dann ist es hier zu. Und dann geht das wieder nicht auf. Trotz Schlüssel und dann spackt wieder das Spiel, ne? Viermal Thunfisch. Wo seid ihr da? Jeder von euch darf's zweimal nehmen. Ihr sind jetzt in... Nützenal. Carl, du darfst zweimal Thunfisch nehmen. Ja, ich wurde gerade gefesselt, warte. Hier ist ja gar nichts mehr. Hier ist ja gar nichts mehr. Ey, ihr sind alle viermal weg. Ja, ihr ist alles weg. Egal, warum du jetzt Pristine handelst. Ha? Jeder nur zweimal Thunfisch. Oder so, ne? Es ist ein Vulkan. Muss zweimal wieder raushauen. Okay, ja. Weil... Ja, der Carl braucht nur noch zweimal. Ja, sehen sie Carl. Ja, einmal hab ich. Warte, ich muss nochmal dichter gehen. So, ich hab's. So, wo laufen wir jetzt denn? So, erstmal essen. Bart sitzt auf mich. Ich wollte gerade sagen, wir warten erst mal auf. Los fahren. Los fahren. Los. Weg. Alter, wollen wir mal schwimmen gehen? Beach Party. So, gehen wir hier runter. Daisy Beach Party. Nacktbaden. Nacktbaden, Alter. Ne. Und dann kommen die Zombies an. Und können schwimmen auf einmal. Da hast du die Klamotten geklaut. Machen mit, Nacktbaden. Oh Gott. Meine komplette Jacke ist leer. Und meine komplette Hose ist leer. Und ich hab zwei Plätze im Rucksack. Gib mal meine Mosi wieder her. Ich kann sie reinpacken. Ich hab noch 13 Plätze im Rucksack und zwei Plätze in meinem T-Shirt. Da liegt sie. Ich hab noch Platz. Ich brauche SKS Muni. Willst du Mosi Muni, Felix? SKS Muni brauchst du? Ja. Komm her. Ich hab noch siebsten Schuss. Ich hab sie gerade auf dem Boden gerichtet. Ich hab nur ACP 45er. Also ich hab einmal siebsten Schuss und halt nochmal. 0-3-57er. Warte, ich werfe dir noch hier in ein Magazin hin. Hat jemand noch irgendjemand Mosi Muni? Na lang? Nope. Wer hat Mosi Muni? Kannste ja brauchen. Wer hat Mosi Muni nicht angucken? Ja, ich. Muss nur herlaufen. Drehz. Drehz. Du bist ein bisschen weit entfernt. Ja. Danke für die Muni. Obwohl, wenn du in meiner Nähe bist, hast du eh Mosi Muni. Weil ich bin am Airfield. Ja. Noch ein bisschen Pistol. Oh, danke. Danke eben. Wieso? So. Ich hab hier noch einen By-Part. Brauch einer noch einen By-Part? Tür. Ich hab ne Axt. Atlas ist total... I'm planning. Ich hab hier noch einen Pristine By-Part. Brauchst du so'n Ding? Hm. Ja. Wo ist denn hier? Sören? Ich komm gerade genau. Ich brauche noch ein bisschen. Ja, brauche noch ein bisschen. Ich bin gleich in der Kreuzung. Leute, lass mal hoch oben. Ich bin gleich an der Kreuzung hier vorne. Richtung Nizino. Gut, dann lass mal erstmal nackt baden. Ich mach mir jetzt mal n Kippchen an. Oder das. Der Karl ist noch hier, der sitzt noch da. Ja, ich lauf gleich los. Spann dich mal. Ich muss erst mal n Joint rein. Ich mach mal. Habt ihr einen Sitzkreis gemacht, oder wie? Die selbste von Kuppeln, die durch die Gegend läuft gehen. Also, ich bin Karl und ich hab immer Hunger. Ne, gerade nicht. Ich hab Angst vor Zombies. Ich mag Züge. Ich mag Bote. Ja, du hast sogar Warnschäne, warte. Und? Ich bin eine Biene. Ich hab gar nen Zug fotografiert. Oder voll. Ich will, dass man mit den Sprühdosen auch die Wände anmalen kann. Geht nicht, glaube ich. Merkt, wir dürfen ja nicht mit Fahrrad fahren, wenn es gibt, ne? Mensch, tolle. Junge, das ist ja hässlich. Ihn Mantel abnehmen. Ja, du guckst mir doch nur aufm Arsch, Junge. Ja, du guckst mir doch mal.